Eines der ersten Dinge, die man für gewöhnlich bei Webseiten und Programmen umstellt, ist von hellen auf dunklen Hintergrund zu wechseln, also ein Dark Theme. Und das wollen wir jetzt mit Node-Red machen. Dazu gibt es eine extra Palette, die wir dazu installieren, die sich da wie folgt nennt. Das machen wir, indem wir auf das Menü klicken, Palette verwalten. Wir klicken auf Installation und suchen nach dieser Palette und installieren diese mal. Wenn diese dann installiert ist, dann müssen wir jetzt uns einmal zuerst eine richtige bzw. uns passende Theme auswählen. Da gibt es ein paar davon. Und für mich hat es nicht nur einen optischen Vorteil, sondern bei mir ist es so, ich habe auch mehrere Instanzen parallel laufen für unterschiedliche Projekte, Kundenprojekte etc. Und da macht es schon Sinn, hier ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, damit man nicht versehentlich auf einer anderen Instanz weiterarbeitet, was mir tatsächlich immer wieder mal passiert. Deshalb jetzt hier ein Blauton, zum Beispiel diese Kobalt 2. Und wie können wir diese jetzt aktivieren? Dazu müssen wir uns jetzt auf unseren Server verbinden und, ich scrolle einmal runter, müssen in die Settings.js jetzt folgenden Inhalt dann hinterlegen. Dazu habe ich mich jetzt schon einmal auf unserem Server verbunden, bzw. auf jenen Server, wo jetzt diese Instanz draufläuft. Wichtig ist jetzt hier zu wissen, ist man jetzt mit Docker unterwegs, muss natürlich alles, was jetzt da so drinnen ist, auch nach außen geführt werden in der Docker Compose. Wenn man es normal installiert hat, braucht man einfach dahin navigieren, wo diese Settings.js dann drauf ist. Ich verwende den Nano zum Öffnen, also Settings.js, wir machen es auf, jetzt STRG-B zum Suchen und wir suchen nach Editor Theme, Enter, noch einmal Enter und dann springen wir da schon direkt hin, wo wir da sind. Bei mir ist das jetzt so aufgebaut, dass in diesem Bereich jetzt mehrere Inhalte drin sind, wie man sieht. Das heißt, da geht es dann weiter. Das macht aber nichts. Dann springe ich rauf mit dem Cursor, gehe jetzt einmal in diesen Bereich und dann schreibe ich jetzt Theme, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Das war jetzt der falsche Inhalt. Wir kopieren jetzt den Namen raus, kopieren, wechseln wieder rüber. Und damit wir das jetzt da einfügen können, STRG-Umschalt-V, Anführungszeichen, und jetzt kommt ein Komma dazu, damit hier die nächsten Inhalte da auch noch drin sind. Wenn man da nichts drinstehen hat, kann man sich wahrscheinlich das Komma sparen. Dann STRG-X, wir wollen speichern, geben J ein, Enter und somit ist jetzt dieser Inhalt dann quasi übernommen. Aber noch nicht wirklich umgesetzt. Jetzt müssen wir noch den Docker-Container neu starten, indem wir Docker-Restart und dann den Containernamen sagen, bei mir wäre das Node-RED. Wie findet man den Containernamen raus? Mit Docker-BS zum Beispiel findet man dann alles, was da so mitinstalliert ist, dann auch noch raus. Soweit sollte das einmal funktioniert haben. Das heißt, wir können jetzt unseren Node-RED mal neu starten und sind dann hoffentlich in einer glücklichen Lage, nicht mehr von dem hellen Hintergrund weggeblitzt zu werden und haben jetzt eine andere Theme eingestellt. Ein kleines Feature, das einem aber dann doch für den Alltag vielleicht wieder etwas mehr Freude bereitet. Viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Video.